ARD Text im Auftrag von Funk Lalalalalalalala Ach doch, klar hab ich noch Steine davon, oder? Die müssen wir doch genau die drinnen haben Sind aber nicht die selben Huuu Hier? Laaaaaageschwindigkeit und Zeug Komm schon, schneller Yey, yey Noch drei, noch zwei Noch einer und hui Huuu Super Wow Dein Duda noch weg Dein Duda dahin Ich frage immer noch nicht was ich mache, ja ich weiß Sooo Sooo Ja da hab ich auch noch ein bisschen, okay Gehen Zwei Filme noch Hitcammer, oh super, zwei Erde Buah Oh Na Ah, stammert doch noch einer Äh, hier dank Äh, sooo Dahin Und jetzt brauche ich Eigentlich brauche ich jetzt eine Menge Glas Ich glaube mit Glas sieht das richtig gut aus, deswegen probiere ich es mal mit Glas Na wo war's? Na wo war's? Hier Nehm ich doch das normale Glas? Ich glaube nehme ich das sehr normale, oder? Nee Nee Sooo Genau, mit der Axel ist gleich wieder so aus wie ich es möchte Genau, so Ich verrate immer noch nicht was es werden soll, äh, das werdet ihr dann sehen hoffe ich Jetzt rum hast du mal ein bisschen Wolle, haben wir denn Wolle gerade dabei? Ne, und Eisen haben wir auch keines dabei Das ist jetzt natürlich mega doof Äh Während ich das gerade sage, strecke ich mich heimlich und tue so, dass jetzt keiner mitziehen würde Okay Was kommt denn weg jetzt hin? Super Super Boah, wird das dunkel gerade, äh Ist richtig heftig Sooo Keine Ahnung, ich lebe mich gleich schaffen Oh Ist ja selbstsicher, was ich mache Ich seh ja selbstsicher, was ich mache Eigentlich wäre es fast schon näher, sich hier schlafen zu legen Darum tue ich das gleich mal Ja, ist wirklich in Ruhe Ich hab's doch hier im Bett, oder? Hallo Bett? Ich hab hier kein Bett? Hä? Na, großes Kino Kino Ich habe hier nicht einmal ein Bett Lass mich bloß im Ruhe Oh mein Gott, was ist hier denn los, äh? Oh mein Gott, was ist hier denn los, äh? Hihi, nicht erwischt Lalalalalala Jump'n'Runs gibt's Wow Mensch, hier geht's lang Ich weiß nicht, warum ich mal oben langlaufe, ich kann einfach hier rein rennen Na ja Na ja Wenn man sich da direkt eine Welt nicht auskennt, ne? Uuhh Gute Nacht Gute Nacht Sooo Uuhh Gute Nacht Gute Nacht Gute Jungs hier logischerweise auch noch Holz hin Uuuuuhbts Leute, war das richtig? Ne, war es falsch, schade. Ähm, Moment, das kommt da, hier wieder der da rein und hier kommt das da. Hopp, hopp. Und da einer hin, hier einer hin, hier einer hin. Und hier machen wir es, wir machen jetzt einfach so ein normales Holzfachwerk. Was ich hier gerne mal so mache. Ähm. Lol, okay. Es ist zwar etwas kostenaufwendig, was Holz angeht, aber es sieht ja mega geil aus. Von hier hoch zu gucken, ich hier hoch zu gucken, ist auch mega cool irgendwie. Huch. So. Oh ne, hier brauchst du das ja gar nicht zu machen, stimmt ja. Hier geht es ja rein. Hier würde ich dann maximal einen Balken durchziehen. Bis hier rüber. Ähm. Ich brauche mehr Holz auf jeden Fall erstmal. Mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz, mehr Holz. Ich brauche mehr viel mehr Holz, viel mehr, viel mehr Holz. Holz, Holz, Holz. Holz, Tochter Teufel. Okay. Hier habe ich anscheinend so ein bisschen Fusch wieder betrieben gehabt. Ich frage mir, wo die Stimmen mal herkommen. Ich höre Stimmen, wo kommen diese her? Ich höre Stimmen, wo kommen diese her? Nicht, dass ich gleich Tschüss sage. So. Kann sein, dass wir diese Bäume irgendwann mal hierher geplatzt hat. Wenn wir uns gedacht haben, cool, die sehen gut so aus. Aber, ähm. Jetzt ruppe ich sie gerade ab. Ja, das bleibt so hier. Die können da auch so bleiben. Nur alles rund um diesen Berg hier kommt weg. So. Damit erzählen die alle dazu. So. Hier noch was. Da habe ich jetzt auf jeden Fall ordentlich abgeholzt. Was ist das hier? Ist auch noch ein Baum gekommen. Na, komm her. So. Ich habe mir einen ordentlichen Vekalschlag gesorgt. Na, komm her. Wo kommst du her? So. Ich bin so offen, oder warum treffe ich die Dinger nicht? So, der hier noch weg. So, der hier noch weg. Die sind alle weg. Okay, super. Dann gehen wir wieder nach unten. Und haben jetzt, äh, fast zwei Stapel. Das ist auf jeden Fall geil. So. 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 Äh, Moment, 2, dann machen wir das halt so und dann tun wir lieber die hier komplett schließen, so, hier haben wir dann so, ich mach schnell mal komplett dazu hier, genau wie das, und das, und auch das, dass der bleibt komplett offen da vorne, da kommt dann Glaswand rein, genau wie hier dann eine Glaswand reinkommt, ups, und hier, kommt, so was rein, super, so, dann muss ich ja mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen, denn ich wusste ja, dass wir jetzt Playfolio hochladen und dann sehen wir uns gleich wieder, tschüss, und dann sehen wir uns gleich wieder. dass der dass er und mit